hier haben wir so fette strahlträger das auch schon alles angezeichnet da müssen wir bohren aber noch nicht jetzt und so sieht das ganze aus also kein dach drauf da sind noch die alten grundbaden geliehen der erste und der zweite und dann bauen wir den ganzen schrott wieder auf also holz ist alles da aber erstmal muss das träger weg hier stehen und ich glaube das dauert noch ein bisschen dann kommt hier ein schönes neues dach oben auf jeden fall die teile sind alle da das problem ist halt auf der insel das geht alles immer sehr sehr schnell voran ich habe ein kran geordert und kleines ding hier da unten steht da weil hier mit der hand hoch das ist scheiße gar kein bock dachdruck gucken wir mal ob wir dazu hinkriegen arbeitssicherheit gleich null alles lose nix abgesperrt hat sich so auf die fresse legen und wie gesagt der ganze kiste ist kein dachdruck das ist alles tot dann gucken wir mal ob wir das heute hinkriegen gibt es hier nicht nur ein dach zu machen ich glaube hier sind 20 also wenn ich will dann kann ich hier wohnen bleiben haben die schon gesagt kann ich hier so bleiben naja wisst ihr erstmal bescheid